Okay, aber wir machen es so, dass das Auto kommt und die Maus es dann davon abhält, dass es in den Wald fährt, weil es dann gluselig ist. Da drin ist es bestimmt nicht gluselig, sondern gruselig. Ja, ist doch egal. Schatz, sollen wir mal ins Schneehotel fahren, heute oder so? Ich habe da letztes Mal was im Internet gesehen. Schneehotel? Kann man da übernachten? Nee, das ist eigentlich nur so zum Durchlaufen und sich es mal anzugucken. Oh, ich hätte nichts dagegen. Aber wir müssen halt die Kinder noch fragen. Okay, halt mal kurz. Aber nicht austrinken! Nö! Kinder, bitte, geh raus! Wir haben jetzt keine Zeit! Ähm, Laura, sie geht ganz bestimmt nicht raus. Wenn dann geht sie raus. Jetzt hört doch auf, mich immer zu verbessern! Kinder wollen hier ins Schneehotel. Was ist das denn? Wer macht das mal da? Nee, da kann man halt durchlaufen und sich es mal angucken. Da gibt es bestimmt was zu essen. Okay, ich bin dabei! Los, komm! So, dann lege ich die Maus wieder ans Bett. Okay, dann hole ich nur noch von unten... Dann hole ich unten nur noch Mia und dann können wir gleich los. Ach, meinen Kaffee! Ach, den trinke ich! Okay, wir holen mal schnell Mia. Ja, okay, alles klar! Ups! So! Alles gut, alles gut! Jetzt müssen wir nur noch auf... Jawohl, ich bin da! Okay, dann können wir jetzt los! Ich freu mich schon! Ich freu mich auch! Wow, das sieht von außen schon so schön aus! Und wieso ist da ein Schneemann? Weiß ich nicht, vielleicht... Der ist aus echtem Schnee, aber es scheint doch die Sonne... Nein, Kinder, das ist nur Kunst, nee! Oh! Oh! Ich geh mal rein! Warte! Wartet! Das Sofa ist bequem! Ja, hallo! Hallo, Oma! Hallo! Hallo, Mama! Hi! Ich hab' lange nicht mehr gesehen, meine Schätzchen! Ist Opa auch dabei? Ja, er ist im Bad! Wie immer! Okay! Hallo, Opa! Hallo, Schätzchen! Na? Hast du jetzt geschlafen? Äh... Ja! Gut! Wieso seid ihr auf die Idee gekommen, hierher zu kommen? Weiß nicht, hat Mama vorgeschlagen! Ach so, okay! Dann soll ich euch nicht weiter stören! Äh... Ich weiß, was du meinst, Opa! Okay, ähm, ja! Oh, ist dies hier? Es war ein Wurzig-Border! Ähm... Du hast sie schon mal gesehen, Mama! Hä? Seit einem Monat! Oh! Wie heißt sie nochmal? So, so, so... Mia! Ja, ein Mia! Hier, halt sie mal! Oh, so, sie ist hier, bitteschön! Oh, halt sie! Hier ist sie! Okay, ja, wir gehen dann mal weiter! Okay! Meintest du schön, soll ich mir den Sessel kaufen? Hm, aber... Wow, das Bad hier ist echt auch schön! Das war jetzt aber kein Deutsch! Wieso? Ja, ich hätte... Du nix Deutsch! Doch, eigentlich schon! Nee, den kaufen wir jetzt... Aber der ist so hübsch! Aber der ist so hübsch! Loh mal! Okay! Mama, wir haben doch die gleichen Möbel! Ja! Den haben wir auch... Oh, schau mal! Oh, die haben schon einen Christbaum! Ja, und wir bald auch! Wow! Ist das da oben ein Vogel? Nee, ein Maulwurf! Das ist ein Schneemann, richtig? Nee, das ist eine Eichel! Oh, sind die Kekse echt? Ach! Aua! Das war mein Zahn! Martin! Ist da was denn? Oh! Lecker! Nicole, sag mal, das Essen! Was? Das da! Das sieht doch lecker aus! Ich weiß nicht, ob das echt ist! Probier mal! Doch, ist echt! Okay, gibt's ja auch Teller? Nee, gibt's nicht! Aber da sind welche! Okay, dann tun wir das schnell weglegen und dann können wir das ja essen! So! Tun wir das mal auf den Teller! So! Setzt euch alle zu Tisch! Dann essen wir! So, okay, gut! Jetzt können wir die Plätze wieder drauflegen! So! So! Okay, gut! Oh! Mama, können wir auch einen Christbaum kaufen? Hm, ich weiß nicht! Eigentlich ist es ja noch ein bisschen zu früh! Wir haben ja erst November! Mama, unser Adventskalender ist auch schon da! Ja, da habt ihr wieder recht! Wir können ja mal drüber reden! Oh! Oh, hi! Hi! Seid ihr auch hier? Hm? Hm! Ich will mir, glaube ich, so ein Bett kaufen! Obwohl, der Schrank ist auch cool! Oh ja! Oh, der Nussknacker ist cool! Ja, ich kaufe mir den Nussknacker! Kann man das ja auch kaufen! Ah, nee, aber da steht immer so ein Bild, woher es ist! Ah, okay! Also, ja, ich gehe nochmal wieder... Obwohl, die Lampe ist auch schön! Oh, die Lichterkette! Oh, der Christbaum! Der Schneemann! Oh, der Tisch! Oh, der Kühlschrank! Oh, das Bad! Oh, den Schneemann! Oh, der Sessel! Ihr legt mich mal ins Bett, aber nicht einschlafen! Nee, nee! Mama, was ist der Schneemann? Ist der wieder aus echtem Schnee? Äh, Kunstschnee? Hm, nee, der ist aus Plastik! Oh, Gott! Hi, Mama, du hast dich voll erschreckt! Hm! Hä, wo hast du draufgedrückt? Ich weiß nicht, der ging auf einmal an! Hm, egal, komisch! Michael, komm! Oh, okay! Wir müssen wieder nach Hause! Oh, Mama, ich bin schon ganz schön müde! Ja, ich auch! Warte mal! Wo ist... Laura? Ach, die hat doch unten schnell was geholt! Sie kommt gleich! Bin da! Okay, Kinder! Ähm, ihr tut jetzt Zähne putzen und dann geht ihr ins Bett! Okay, dann fahren wir halt noch weit runter! Okay, und dich bringen wir auch ins Bett, aber zuerst wickeln wir dich noch! So, willst du das diesmal machen? Okay, also zuerst muss man dieses komische Tuch da nehmen! Das ist ein ganz normales Feuchttuch! Ja, mein ich ja! Dann muss man das so putzen! Ich weiß! Jetzt die Babycreme! Okay! Und noch das Babypuder! Nicht so viel, Michael! So, und jetzt noch die Pampi! So, und jetzt legen wir sie ins Bett! Heute schläft sie wieder bei uns! Gell? Ja, gut! Das war's! Ciao! Ciao!